So Leute, da geht's weiter mit Pokémon Street Dungeon Team Blau. Ich habe ein klein wenig trainiert und schon ein paar Vorbereitungen getroffen, damit wir jetzt gleich den Donnerberg besteigen können. Und ich möchte ja gleich mal ein bisschen sagen, was ich gemacht habe. Also, ich habe erstmal ein bisschen trainiert. Ich bin Level 16, Chrissy ist Level 15 und Don Marcy ist Level 14. Wobei Don Marcy trotz seinem niedrigen Level von uns allen die mit Abstand höchsten Statuswerte hat. Don, du bist halt einfach gut, ne? Also, dann. Die nächste kleine Gemeinheit, die ich noch unternommen habe, ist folgendes. Ich habe Attacken gelinkt. Und zwar, weil ich ja Doppelteam mit Level 15 gelernt habe, habe ich mir gedacht, das kann man doch schön mit Donnershock verlinken, weil die die gleiche Anzahl der AP haben. Ich hätte es auch mit Donnerwelle verlinken können. Theoretisch könnte ich auch alle drei Attacken zusammen linken, aber ich habe mir gedacht, zwei Attacken auf einmal, das reicht erstmal. Dann, bei Chrissy habe ich ebenfalls was verlinkt. Bei ihm eher harmlos, da habe ich den Tackle mit dem Heuler verlinkt. Immer wenn er jetzt Tackle benutzt, benutzt er gleichzeitig auch einen Heuler, sodass er den Angriffswert von allen gegnerischen Pokémon ein bisschen senkt. Bei Don Marcy habe ich ebenfalls was Nettes verlinkt, nämlich den Metallsound mit dem Donnershock. Also, immer kurz bevor er den Donnershock benutzt, benutzt er noch Metallsound, sodass er schön erstmal die gegnerische Spätzteffen ein bisschen nach unten haut. Klappt super. Also, ähm, ja. Ich habe meine Items auch schon vorbereitet. Ich habe alle meine 5 Belebersamen dabei, ein Top-Elixier, ein Schlafsamen, ein Plusseefsamen, zwei Sindelbeeren, eine Pierseef, eine Fragiabeere und eine Amrenabeere, genauso einen Apfel und 95 Georockbrox. Das sollte hoffentlich reichen, um den Donnerberg zu erklimmen und Zapdos zu besiegen. Weil sonst, ja, wenn die ganzen Items dann weg wären, das wäre schade. Okay, aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt einfach mal auf den Donnerberg. Also, Don Marcy ist ja im Team. Das heißt, wir können los. So, Donnerberg. Und hier finden wir auch gleich eine Sienelbeere, das ist doch schon mal schön. Von denen kann man echt nie genug haben. Gummi, 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 Schwarzgummi. Dann... ...einen Haufen Geld. Treppe. Ach nee, die schon wieder. Gegen die kann ich meine Elektroattacken nicht benutzen, weil sie Blitzfänger haben. Einmal Doppelteam und einmal Donnershock. Wenn man das öft genug hintereinander benutzt, lässt man sich irgendwann immer schwerer treffen. Leider wird das immer auf jeder Ebene zurückgesetzt. Äh... Duh, du, 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 du. Naja, das ist das Problem an der Sache. Pokémon können hier nicht nur eine Fähigkeit haben, sondern alle, die sie sonst so haben können. Schade, dass es hier noch keine versteckten Fähigkeiten gibt, sonst hätte ich nämlich neben meiner Statik auch noch einen Blitzfänger. So, da, 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 da. Ein Taubburger und ein Dami-Hir-Plex. Das Dami-Hir-Plex hält ganz schön was aus. Das haut ganz schön rein mit der Kombo. Und hier liegt ein Haufen Geld rum. Ein Ampharos. Gut, dass der daneben gegangen ist. Der hätte wehtun können. Chrissy hat's hier echt nicht einfach. Ach, ich muss ihn eigentlich so gut wie es geht beschützen. Ich bin gerade am überlegen, wie viel Ebenen der Donnerberg nochmal hatte. Aber ich glaube nach jeder neunten Ebene haben wir sowas wie eine Zwischenstation. Moment mal, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder fixieren. Die Pokémon hier geben auf jeden Fall ziemlich gute Erfahrungspunkte. Oh, Moment. Ich habe hier schon wieder eine Dungeon-Ebenen-Struktur erkannt. Und manche Dungeon-Ebenen sind nach bestimmten Mustern aufgebaut. Oh nein, Voltenso. Die sind noch schlimmer als Fritzlblitz. Da-da-da-da-da-da-da-da. dabei sind die doch so wichtig für mich ich meine was ist ein pikachu ohne seine elektroattacken ein graugummi den essen wir jetzt einfach mal magen bisschen auffüllen und ich krieg die kuh fähigkeit ap prüfer na gut bringt mir jetzt nicht wirklich viel da ich mich selber sowieso steuern solche kuh fähigkeiten er für partner nützlich sind das mal so jetzt fängt das natürlich dann müssen wir es halt so machen so jetzt hast du auch die nap prüfer bekommen hast du den jetzt auch schon an oder ach moment das geht ja überhaupt nicht zusammen mit attacken okay ganz vergessen wir haben eine sinne wäre nach moment ist es schon wieder so einen dann schon wo außenrum gang und innen drin die räume sind okay das voltenso ist zu nah naja und eine sache noch die es über link attacken noch so schön zu wissen gibt wenn man pokémon mit link attacken besiegt gibt das ganze noch mehr erfahrungspunkte als wenn man sie durch irgendwelche anderen attacken besiegt also es ist allgemein schon so dass pokémon wenn man sie mit attacken angreift dass man sieht dass man mehr erfahrungspunkte davon bekommt allerdings gibt es mit link attacken noch mehr erfahrungspunkte mit link attacken muss man lediglich vorsichtig sein dass man sie nicht leer macht weil sonst löst sich der link und das wollen wir nicht wollten so die größten feinde hier okay wir sind hier in der donnerberg mitte hier können wir mal ganz kurz speichern ist jetzt noch keine belebersamen benötigt das ist zumindest schon mal gut dass das und das was außerdem richtig gut ist dass unsere ganzen attacken punkte jetzt wieder aufgefüllt sind so donnerberg gipfel auf e3 müsste zapp das sein was ist da was ist da plassiv samen ja den kannst du haben implosiv samen nehmen nämlich noch mit da verfolgt uns ein ampharos bitte lass kein bolt 10 in der nähe sein es ist kein sinn der nähe aber trotzdem ich treffe einfach nicht ich fühle mich grad verarscht hier essen wollten so ich will nur diese blöde treppe finden dann macht sie hat schon so viel verteidigung dass ihm die attacken schon gar keinen schaden mehr machen und ich habe so viele doppelteams drin dass ich kaum noch getroffen werde bitte lass kein voltenso da sein okay hier ist onyx das war ja niedlich wie viele attacken punkte habe ich noch zehn okay hier ist die treppe ein fucano was machst du in donnerberg natürlich ist hier wieder ein voltenso in der nähe das ist ein gelbgummi das ist sehr gut gelbgummi gelbgummi sind die besten für elektro pokémon und ist eins in der nähe ja natürlich ist es in der nähe ach brüller krisi kümmer du dich mal drum ich helfe dir von hier hinten wieso habe ich mit solchen attacken ja nicht immer daneben wieso habe ich mit solchen attacken ja nicht immer daneben so voltenso weg kein problem mehr das weiß ich nicht ich finde lieber die kp vorher nochmal auf und ich erreiche level 17 das ist doch schön mal kurz vorm bosskampf noch ein level abbekommen so dann hat krissi jetzt auch volle kp wir schauen die attacken aus habe noch acht von allem was wichtig ist bei krissi sieht's ach moment das sollte ich vielleicht mal wieder anmachen und die machen wir jetzt mal aus für den nächsten kampf weil gegen zapptus brauchen wir die nicht und hier haben wir ja du machst mal hauptsächlich das so dann kämpfen wir mal gegen zapptus wir sind am gipfel angekommen hey zapptus wo bist du wir sind hier um tango list zu retten komm schon ah ich habe euch gewarnt mit eindringligen kenne ich keine gnade ich ich habe überhaupt keine angst hey zapptus lass tango list frei wir sind ein pokémon retter team ich höre große entschlossenheit aus euren worten also stellt euch meinem enorme ungerechten zorn so bevor wir jetzt irgendwas machen krissi ähm dass du da vorne stehst das gefällt mir jetzt gerade nicht so du machst mal bitte das hier und ich benutze erstmal einen ruckzuckieb so damit das ganze jetzt wieder passt weil du jetzt hier abhaust machen wir jetzt mal das hier damit du jetzt wieder rankommst und ich mache jetzt erstmal das hier und ich habe ihn paralysiert das ist ja super besser könnte es ja echt nicht mehr laufen so damit das ganze jetzt insgesamt auch wieder funktioniert machen wir jetzt wieder standard taktik so das ging ja besser als erwartet der ist gar nicht zum angriff gekommen ich habe ich habe ich habe mir ein bisschen zu viel sorgen gemacht aber ich hatte auch einfach ein bisschen glück jetzt gerade was geschieht hier willst du noch mehr komm nur her genug der kampf hat lange genug gedauert ich habe mich beruhigt nehmt Tengulist mit ihr kinder habt mich beeindruckt aber das nächste mal wird es nicht so einfach werden ich werde mich dann nicht mehr zurückgehalten also seid gewappnet bis dahin solltet ihr an euren fähigkeiten arbeiten und trainieren seht mal da ist Tengulist bist du in Ordnung ach ja doch so einigermaßen ich bin froh dass du in Sicherheit bist das war spektakulär dass ihr Zapdos vertrieben habt jawohl für so ein schlichtes Pikachu bist du äußerst stark ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt vielleicht du bist kein Pokémon ist das nicht so? wow wie kommst du darauf? aber du hast recht Kieran ist kein Pokémon Kieran ist ein Mensch was? äh ein Mensch? ist das möglich? kann so etwas überhaupt passieren? Kieran Kieran kann es sich auch nicht erklären Kieran machte eines Morgens als Pokémon auf und er erinnert sich überhaupt nicht mehr daran wie er es als Mensch war oh warte mal Lombrero hat damals am Pokémon Platz etwas erwähnt er sagte Simsaler wüsste alles Simsaler hast du eine Ahnung warum Kieran so ein Pokémon wurde? mh nein das ist mir nicht bekannt oh ich dachte du würdest das wissen jedoch es gibt einen Weg die Wahrheit ans Licht zu bringen oh ja? welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit dort lebt ein Pokémon das stets in den Himmel blickt ein Pokémon von dem es heißt es könne in die Zukunft sehen Xatu ist sein Name er sollte dich in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können in Ordnung lass uns zu Xatu gehen gehen wir Kieran auf zum Berg der Vorzeit wir haben keine Zeit zu verlieren lass uns schnell zurück gehen Tengulist komm beeilen wir uns äh ja ich schätze das sollten wir tun Kilian? jetzt steh hier nicht so rum lass uns nach Hause gehen Simsalah ich kenn dich jetzt lang genug das war doch noch nicht alles du weißt mehr darüber nicht wahr? es gibt etwas das mich beunruhigt doch im Augenblick wollen wir davon schweigen um ihre Twillen ja was könnte es damit wohl auf sich haben ich weiß es zwar schon aber ich spoiler hier nix keine Sorge